Wie kann ich hier die Waffe wechseln und ich habe nicht? Wie meinst du wechseln? Wenn du die Falle ausgerüstet hast, habe ich nicht das Ding. Wenn du das Jump hast, wie kannst du wechseln? Ah, du kannst die Mutter abziehen. Oder vielleicht musst du fallen an den Boden legen und dann wird es so weit fahren werden. Ja, ja. Ich mache mal den Baum kaputt. Ich denke, da ist einer, wo ich heisse. Ich habe meine Kills angeschaut. Warte, ich habe ihn gesehen, ich habe ihn gesehen. Nordwesten. Hinter dem Stein, Nordwesten. Scheiss auf den Stein. Er ist hinter der Höhe. Ich mache ihn. Er ist hinter dem Haus. Ich mache ihn. Jetzt nicht hinter dem Stein. Er ist hinter dem Stein. Er ist hinter dem Haus irgendwo. Ich habe wirklich viel Munition. Ich mache ihm etwas ganz auskabelt. Pass auf, dass er wirklich noch in der Höhe ist. Er ist immer noch dort. Headshot. Nein. Er zeigt sich 1 Millisekunde, ich ziele Headshot. Nein. 6 Kills, win. Danke schön. Danke schön.